Okay, Duckyboy567 heißt hier einer in meinem Team und der spielt jetzt den Reinhardt, das kann ja nur gut werden. Glaubst gar nicht, was ich denen für Textwände geschickt habe. Ich habe teilweise auch einfach nur die vorige Mail nochmal kopiert und nochmal eingefügt. Einfach nur, um den so richtig auf den Sack zu gehen. Ach so, ja gut, das macht Sinn. Wo ist immer 12 Uhr mittags? Das macht Sinn. He, kaputt machen. Versuch da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Ich muss geheilt werden. Ich muss geheilt werden. Ich muss segnen. Ich muss ein bisschen zum Beispiel sagen. Ich muss ein bisschen im Wettbewerb sagen. Ich muss das machen. Ich muss noch nicht zu kaufen. Ich muss halt nicht zu kaufen. Ich muss noch einen Radio angاهiren haben. ach komm der war schon fast tot oh gott der text hat das symmetra alles zugemacht hat kommen wir eigentlich links rum ne kommt noch nicht oh wei da war ja was ja eben wo soll monat denn sonst sein doch nicht etwa auf einem anderen stream das geht gar nicht sowas würde die auch nie machen ey ich warte hier echt immer noch auf dem moment wo ich hier so ein bisschen flanken kann weil ich habe die ult schon ewig fertig ja so immerhin den haben wir jetzt mal alle herkommen und teilen so ist der dreck auch weg ja das eichenweide reinhard hausen das war die gelegenheit war zwar kein flanking aber es war trotzdem geil da war doch schon mal nicht so schlecht vielleicht vielleicht na nu wo ich sind denn alle Ok, jetzt sehen sie mich. Oh, Sniper-Battle ging mir doch nix gut. Oh wow. Ihr habt euch Messing da oben? Nein! Ja stimmt, den Skin, ja richtig. Den habe ich schon wieder vergessen. Noch bin ich nicht tot. War das jetzt nicht eine Fortlaufende? Ach keine Ahnung. Ich versuche nachher eh gleich mal eine Runde Rank zu machen oder so, aber ich wollte jetzt einfach mal die Map sehen. Ist die eigentlich in der normalen Quick-Match-Route auch schon drin? Ja, ne? Oder haben sie die jetzt erstmal Brawl-Exklusiv? Oh, halt's, wow Reaper. Ach. Na gut, mit Mercy im Rücken schaffe ich den Reaper halt nicht. Och man. Der Krieg geht weiter. Der Eiswagen, wieso habt ihr sowas und ich nicht? Gibt. Ich bin auch ein Eiswagen, schick ihn mal bei mir vorbei. Oh, jedes Mal mit der Mercy ey. Alles klar. Jetzt geht's aufs Maul. Oh ja, aber nicht für mich hoffentlich. Oh. Das war leicht knapp. Alter, Sonne ist ne Scheiß-Erfindung ey. Die scheint mir genau ins Gesicht grade. Von der Seite, schön rein. Jaaa. Aiming, wer braucht das schon? Finde dir einen Teleporter. Alles klar. Danke dir, Mona. Huch. Haha. Ich hab dich irgendwie gesehen. Oh Gott. Naja. Die Diva war mir irgendwie so ein bisschen im Weg. Ich hab wohl keiner den Teleporter als erstes kaputt gemacht. Wow. Soviel dazu. Lass gesichert. Lassen wir ihn weg. Ja, gut. Dann hätte man das auch ausprobiert. Es sah sehr elegant aus bis zu diesem Moment. Oh Mann. Aber war geil. Also ich fand das auch schon, als wäre das so gewollt gewesen. Ich glaub ich hab das ganz gut rübergebracht. Oh Gott. Wow, mein Aim war auch schon mal besser. Da braucht noch jemand Heilung. Jetzt tue ich's schon wieder. Ey, Alter. Sag mal, ihr könnt ja überall runterfallen. Was ist das für ein Scheiß? Doch. Ja, also ich teste erstmal die Spots, wie weit's da runter geht. Der alte Mann hat immer noch ein paar... Nur für den Fall, weil das ist wichtig für spätere Taktiken. Das heißt, ich hab das sehr gut gemacht. Das ist bestimmt nicht ironisch gemeint. Holy shit. Nein. 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 Oh, jetzt lebt der doch. Das gibt's doch nicht. Was? Dein Ernst? Guckt euch das an, ey. Achso, er hat den Spray-Pfeil genommen. Noch ist die Mission nicht vorbei. So, zweimal runterfallen hab ich also durch. Das ist doch schon mal richtig geil. Das ist doch schon mal richtig geil. Da mal lebt die Diva immer noch. Ich werde die Verstärkung sind. Nur eine Lose zu schützen. Ich werde die Verstärkung nach ihm. Die Verstärkung von dem Freund. Oh nein! Der Grasch segur nicht mehr so. Ich werde die Verstärkung verbringen. da gerade durchzukommen. Ja, habe ich vor. Ich glaube, ich werde nachher gleich anfangen damit. Ich wollte jetzt erstmal so ein paar Spiele machen, um wieder reinzukommen. Und jetzt muss ich dann demnächst damit anfangen, bevor ich zu frustriert bin, weil ich so sehr aufs Maul kriege, dass ich wieder aufhöre. Und wieder heulend zu WoW-Renne. Halt mal, falsche Richtung, da geht's lang. Aber das neue WoW-Addon ist einfach der Hammer, ey. Ohne Scheiße, ich bin so gehypt wie so ein kleines dummes Kind. Das ist so gut gemacht. Jede Klasse, eigene Story, alles. Ja! We have one that bad. So, es kommt ein Highlight von mir, wie ich irgendwo runterfalle. Oh. Ja, Gott sei Dank. Oh. Oh. Na gut, das war jetzt nicht so schlecht. Ach, das war das Ende sogar. Na denn. Braut mal den Lysio. Halt, warte, kurz gucken. Bestleistung im Brawl interessiert keinen. So, tschüss.